Hey Girls, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Nein, nein, keine Sorge, ihr seid richtig bei Monaco Deluxe und wir haben Stargastbesuch. Hallihallo in München. Hi Markus, freut mich dich zu sehen heute mit eineinhalbstündiger Verspätung. Aber es ist auch Weihnachten. Es ist Weihnachten und man muss ein bisschen verstehen, der Münchner Verkehrsstress ist sehr, sehr krass. Aber ich bin doch noch gekommen mit, wie gesagt, eineinhalbstündiger Verspätung. Alles gut, ich bin hier wunderbar aufgehoben in der tollen Westend Factory. Solltet ihr angucken, hier oben ist das Video eingeblendet vom letzten Mal, aber wir haben es schon mal vorgestellt. Und genau, ich bin jetzt erst mal auf. Für etwas Stößchen hier, Markus, weil wir es schon ein bisschen vorgedrungen haben hier, aber es ist gleich. So, wir haben uns ja gerne bei der Secret Fashion Show im Oktober und da dachte ich ja schon mal, komm, wir müssen eigentlich mal ein Interview machen. Und erstmal danke, dass du Zeit hast. Gerne. Aber natürlich brennt uns alle die Frage, warum YouTube? YouTube war schon immer so, also ich glaube jeder YouTuber hat so angefangen früher. So Herr Tutorials, Samy Slimani kennt jeder, bin ich mir so sicher. Und also mittlerweile ist er ja Unfame. Also ist er ja nicht mehr so im Thema, wie zum Beispiel jetzt Katja oder ich oder Search Darling, ein Freund von mir. Wenn ihr ihn noch nicht kennt, verlinkt unten in der Infobox, falls es YouTube ist. Auf jeden Fall ist das Ding, dass ich wollte schon immer in der Öffentlichkeit stehen und YouTuber halt die perfekte Möglichkeit dafür, um sich zu zeigen, um zu zeigen, was man kann. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay, du startest deinen eigenen YouTube-Kanal. Ich war damals noch mit der Prinz, wenn ich das schon höre, beziehungsweise selber sage, kriege ich schon Wirkanfälle. Warum? Weil dieser Name einfach gar nicht geht. Damals war ich Balletttänzer. Ich wollte auch hier in München studieren, Ballett. Habe aber allerdings dann in München studiert, äh, in Mannheim studiert. Ballett, klassischen Tanz. Und das Ding war, dass früher, ich wollte immer Principal Dancer werden. Und dieses Prinz war dann immer so, okay, du bist Balletttänzer, du bist bald Profitänzer, also nennst du dich Prinz. Und weil Prinz nicht verfügbar war, habe ich dann Prinz mit zwei I und zwei Z genommen, mit Doppel I und Doppel Z. Und, äh, das Problem war dann halt, nach eineinhalb Jahren, dass mir das nicht mehr so gefallen hat. Ich es aber trotzdem behalten habe. Dann habe ich dieses Der vor dem Prinz weggemacht, dass es schon mal ein bisschen kleiner aussieht, ein bisschen schöner. Und nicht mehr so fett und groß und so Account Name, wie auf keine Ahnung welcher Plattform. Gut, und dann habe ich, ähm, Prinz gelassen. Dann hat mir das nach zwei Jahren, also nach eineinhalb Jahren jetzt später, wieder nicht gefallen. Weil, dieser Name, mit dem konnte ich, mit dem konnte ich mich nicht mehr identifizieren. Und habe dann auf Chrissy Delicious umgestellt. Und jetzt, nach ungefähr, also seit einem Jahr gefällt mir dieser Name auch schon wieder nicht. Nur dieses Chrissy. Weil Chrissy ist eigentlich gar nicht mein richtiger Name. Das ist mein Zweitname. Ich heiße Christos als Zweitname voll. Und als Erstname heiße ich Soledius. Das ist mein erster Name. Und Delicious kam davon auch. Das wurde so abgeleitet davon. Und da habe ich gesagt, okay, nimmst du also nur Delicious. Also D-O-L, so wie man es auch auf meinem Kanal sieht. Und dann habe ich das so umgeändert. Ich glaube, ich habe schon vier Namensumänderungen. Schon vier, man müssten mich die Leute neu adden auf Snapchat, auf Instagram und wo auch immer. Habe das dann auch so gemacht. Und jetzt bin ich glücklich. Jetzt gefällt mir der Name. Und ich hoffe, ich muss nicht schon wieder eine Namensänderung vor mir haben oder so. Also der Name bleibt jetzt auf jeden Fall. Und Delicious, das ist mein Name. Da stehe ich dahinter. Das hat was mit meinem Vornamen zu tun. Das gefällt mir. Das wollte ich schon immer. Das ist eine Marke. Und auch schon patentiert und alles. Und Slang. Jetzt bist du jetzt hier gerade auch bei uns im Gespräch eigentlich ganz anders als in deinen Videos. Wie kommt es dazu? Also in meinen Videos, also ich bin ja überall gleich. In meinen Videos, man darf ja nicht vergessen, es gibt Unterhaltungsvideos, wo wirklich rein Comedy sind. Wo ich nur ausraste und gorgeous bin, auf Deutsch gesagt. Und dann gibt es halt auch Videos wie hier zum Beispiel Christkommittet-Kommentare oder Storytime-Videos, wo ich über eine Geschichte erzähle, die ich erlebt habe in meinem Leben. Und die Comedy-Videos, die sind halt krass. Das ist Comedy. Da bin ich trotzdem, ich selbst, halt nur 20 Stufen krasser. Und ja. Also du schmückst in deinen Videos manche Sachen ja aus, wo andere, glaube ich, aufhören würden zu erzählen. Und löst natürlich dadurch auch so ein bisschen eine Welle von Kommentaren und Feedbacks aus. Wie gehst du damit privat um? Kannst du da komplett abschalten oder freust du dich da eigentlich drüber oder ärgert du dich auch manchmal? Also ausgeschmückt auf meinem Kanal, es ist alles echt, was ich sage in den Storytimes. Und außer wenn es jetzt Comedy ist, dann ist es Comedy. Ich meine jetzt so, manche würden jetzt was weglassen und das wirst du noch hervorheben. Ach so, so meinst du das? Also andere würden jetzt sagen, irgendwie, keine Ahnung, das Date war doof und du schilderst ins kleinste Detail, warum es vielleicht schlecht war. Das ist so, ja das, mir ist das so egal. Ich bin so offen, ich lebe so offen. Und nur weil ich jetzt, äh, darf ich hier offen genug reden oder sind die hier? Ne, alles gut. Also, es ist scheißegal, wie viel Schwänz ich schon hinten drin hatte, weil das Ding ist einfach, ich bin so offen und jeder macht es. Und ich rede halt darüber offen, weil ich bin ein sehr offener Mensch und mich stört das nicht, über meine sexuelle Dinge zu reden, die ich in meinem Privatleben mache. Weil es sind Dinge, die ganz normal sind. Und ich mache kein Sadomado, ich bin voll der ganz, ich bin voll der Normalo im Bett. Also, klar, ich bin eine Bitch, auf Deutsch gesagt, aber nicht eine Bitch im Bett, sondern eine Bitch als Person. Keine Ahnung, wie man das bezeichnen soll, weil, ähm, das Ding ist, jeder sagt zu mir, Christ, du machst voll den Blümchen-Sex. Ich so, ja, stimmt schon, aber, ähm, trotzdem, also, erzähle ich, versuche ich immer, alles zu sagen, weil es ist halt auch die Wahrheit. Also, warum soll ich es nicht erzählen, sonst wäre es ja boring. Sonst würdet ihr mich ja nicht abonnieren oder so. Also, sonst könnt ihr ja zu, zu Sam Slimani zurückgehen oder zu keiner Ahnung zu wem. Und das bin ich ja nicht. Slay! Ähm, um zurückzukommen auf die Kommentare, ist natürlich so nicht jedem gefallen deine Videos. Schau uns aber trotzdem wahrscheinlich alle an. Ja. Ist natürlich für dich sicherlich auch von Vorteil, weil es sind ja auch Klicks, aber trotzdem sind manche Kommentare vielleicht nicht das, was man sich so wünscht oder auch vorstellt, oder? Ja, klar ist es viel Negativität auf meinen Kommentaren, äh, in meinen Videos unter den Kommentaren. Ja, aber, äh, ganz ehrlich, man kann, also, früher, der erste Hate-Kommentar, den ich gelesen habe, der hat mich wirklich verletzt. Wirklich. Nochmal dich da draußen, Bitch, don't fuck with me. Aber, mittlerweile, also, man muss dazu, also, man muss damit leben, wenn man in der Öffentlichkeit steht, dann hat man damit leben zu können. Und wenn nicht, dann bist du leider nicht dafür gemacht, dann sollte man das lieber lassen, mit YouTube oder mit Instagram oder keine Ahnung was. Und, äh, ja, weil, das gehört dazu. Wirklich, das, damit muss man leben können. Wenn man, Hate bekommt jeder, Kim Kardashian, Kylie Jenner, die bekommen alle Hate, bis zum Umfallen. Da ist mein Hate noch gering, obwohl sehr, 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 sehr viel Hate schon ist. Ich habe auf manchen Videos wirklich 40.000 Daumen nach unten und, äh, 4.000 Daumen nach oben nur. Und, ja, aber das ist mir so scheißegal, weil ich mir denke, Bitch, ich bin nicht selbst, ich tue das, was ich liebe und ich bin glücklich und liebe mein Leben. Es ist ja auch so, dass viele YouTuber, auch andere YouTuber kommentieren an Videos. Ja. Das ist natürlich auch bei dir passiert, das andere, das natürlich auch irgendwie mit, mit Mert-TV zum Beispiel und so weiter gibt es ja noch zwei, drei andere, die das machen. Ja, mein Freund übrigens, Lenk. Ist das was, wo du sagst, das ist ein, 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 ein Produkt bei YouTube, wo man einfach nur billig Klicks generiert? Oder sagst du, das ist wichtig, dass andere YouTuber, andere YouTuber kommentieren? Also zu diesem Thema Mert, es gibt ja auch noch andere Hater, die, beziehungsweise YouTuber, die mich, äh, kommentieren in dem Sinne. Aber, ähm, ganz ehrlich, wirkt mich nicht. Das schenkt mir sogar Klicks dadurch. Also, von daher, even bad Promotion is Promotion. Richtig. Also man muss damit leben können. Es gehört einfach dazu, wenn du anders bist. Und ich persönlich finde mich nicht anders. Ich bin, wie jeder, wie jeder andere Mensch, ganz normal. Aber, klar, okay, ich bin schon ein bisschen anders. Ich schminke mich, ich bin sehr offen. Und, aber trotzdem, ich bin voll der normale Mensch. Ich gehe genauso scheißen wie ihr auch. Und genauso pissen und genauso essen und genauso, ja, Slay. Ist so, das gehört einfach zum Leben. Das muss man einfach mal checken, dass ich kein Aussehendischer bin. Und, klar, ich habe gespritzte Lippen und gespritzte Wangen und gespritzte, keine Ahnung was noch. Aber trotzdem, ich bin ein ganz normaler Mensch, so wie du. Und keine Ahnung mehr noch. Ist so. Slay. Kommen wir doch mal zurück auf die Zeit bei Supertalent. Peinlich. Ein peinliches, aber uns gibt es ja nichts peinliches. Wir sind ja unter uns. Wir sind ja verbringstürzt im Haar. Slay auf diese Zeit, oh mein Gott. Richtig peinlich. Dann verrate uns doch mal die Peinlichkeit. Du musst mal ein Bild. Das peinlichste war einfach nur dieses Outfit. Und ich fand das wirklich geil. Du musst das einblenden. Dieses Chanel-Shirt, was übrigens gefaked ist, ne? Vom Strand in Griechenland irgendwo gekauft. Das war einfach so peinlich. Warum habe ich das nur gemacht? Ich wollte früher Fame werden, ne? So richtig schnell Fame werden. Und ich habe gedacht, okay, du gehst zum Supertalent, dann wirst du direkt Fame, ne? War zwar nicht, äh, das, also ist zwar nicht passiert danach. Ich habe nur 500 Abonnenten dazu bekommen auf YouTube. Wirklich nur 500 Abonnenten, wo das ausgestattet wurde und nichts weiteres. Ich wurde ab und zu an Kante auf der Straße. Aber es ist nichts passiert. Und ich dachte mir so, okay, Fame. Ja, und beim Auftritt vom Supertalent, wir haben diese Choreografie, also wenn du dir das Video anschaust, komplett diese Choreografie zwei Tage vorher geübt, auf der Straße. Uns haben Bullen angehalten in Heidelberg, da habe ich noch in Heidelberg gewohnt. Und die Polizisten haben gesagt, sag mal, habt ihr irgendwelche Drogen genommen oder warum tanzt ihr hier mitten auf dem Gehweg rum? Ich so, wir üben gerade für unseren Auftritt vom Supertalent. Ja, und dann ist das passiert. Wir sind dort hingegangen, super nervös, voll, oh mein Gott. Haben dafür auch kein Geld bekommen. Wir wurden dafür nicht bezahlt, dass wir dort hingegangen sind, auch wenn das jeder gedacht hat. Aber was war, wir wurden, mittlerweile darf ich das sagen, als wir in diesem Casting waren, in diesem Forecasting waren, haben die uns rausgezogen und gesagt, okay, ihr seid schon weiter. Das haben die zu uns gesagt. Das ist das Einzige, wo ich mir so gedacht habe, okay, du bist jetzt ein Star, du bist ja hier schon anders behandelt und so weiter. Aber das war gar nicht der Fall. Also wir wurden dann in der Castingshow, weil da waren so viele, allerdings waren wir trotzdem die Verrücktesten dort. Also ich bin echt spaßig dort unterwegs gewesen, wenn man das mal so überlegt. Weil ich habe auch echt schon die Kameraleute aufgeregt, weil ich war so hippelig. Ich und Philipp damals, wenn du das siehst, hi Philipp, er steht nicht mehr in der Öffentlichkeit. Ich habe mich auf den drauf gesetzt, ich habe so viel gemacht und so viele haben sich aufgeregt dort. Und ich habe das gar nicht gecheckt, dass ich wirklich so viele Leute aufgeregt habe. Weil ich mir gedacht habe, hey, du musst Fame werden, du musst Erfolg hast. Ich habe richtig, ich habe so übertrieben wie noch, glaube ich, nirgendwo. Ich habe mich ausgezogen vor der Kamera, ich habe alles gemacht, weil ich mir gedacht habe, hey. Wir müssen das irgendwie recherchieren, wo dieses Video ist und es angucken, glaube ich. Nein, nicht einfach nicht. Auf jeden Fall. Nein, also damit kann ich mich wirklich nicht mehr identifizieren. Und dann, als der Auftritt kam, als wir auf die Bühne gekommen sind, vor Guido, vor Dieter. Zum Thema Dieter kommen wir später noch. Auf jeden Fall, wir waren beim Auftritt, wir haben in die Kamera, ins Mikrofon reingeschrien. Wirklich, also hey girls, haben wir gesagt. Und das mit Equalizer ganz, ganz nach oben. Ich glaube, die Leute haben danach kein... Knoten die Ohren gehabt. Ja, richtig. Es war richtig schlimm, einfach nur. Und haben dann den Auftritt gemacht. Den halben Auftritt, beziehungsweise die halbe Choreografie einfach mal verkackt, weil ich die Hälfte vergessen habe, weil wir es ja zwei Tage davor geübt haben. Und ja, nach dem Auftritt haben die dann so gemeint, ja, die haben auch keine Buzzers gedrückt oder so. Das war auch das Krasse. Bei einem normalerweise, bei so verrückten Leuten drücken die immer Buzzers, aber bei uns nicht. Jetzt waren sie doch sprachlos, ne? Ja, die waren so geschockt von uns, dass sie nicht mal mehr den Mut hatten, auf den Buzzers zu drücken. Lena Gerke hat uns dann ein bisschen fertig gemacht. Also die war ein bisschen bitchy zu mir, gerade zu mir nur. Sieht die so, ja, Gorgeous und dieses American English, das benutzen ja nur Amerikaner, sollten auch nur Amerikaner benutzen. Und keine Leute, die keine Amerikaner sind. Und ich denke mir so ganz ehrlich, Schätzchen, ich kann auch Englisch reden, weil ich möchte, solange ich niemandem was Schlimmes tue oder keine Ahnung, ist doch alles gut. Und die meinte dann so, ne, das benutzen die alle nur in der Fashion-Industrie, das siehst du dann auch in dem Video. Und du solltest das nicht benutzen, weil du bist kein Amerikaner und arbeitest auch nicht in der Fashion-Industrie. Also sie hat mich quasi oberflächlich fertig gemacht. Aber bitch, wenn du das siehst, du siehst, aus mir ist was geworden. 100.000 Abonnenten auf YouTube, Slay. Aber zu Lena haben wir noch ein Video gemacht über Fashion-Tipps und Sonnenbrillen. Das verlinke ich euch auch. Gleich mal gucken, wie sie darüber kommt in dem Video. Ja, hoffentlich netter als bei mir. Aber du hast gerade Dieter gesagt, was gibt es denn dafür? Dieter war der Netteste von allen. Und Dieter ist ein super netter Mensch. Der kam auch davor, vor dem Auftritt, wo die ganzen Kameras da waren, kam der auch davor und hat uns so gesehen, wie wir gestanden haben. Und der so, hey, wie geht's? Viel Glück noch. Und so, okay, voll krass, voll nett und so. Der war super nett und der war gar nicht oberflächlich. Wirklich, der war, mit dem konnte ich mich verstehen. Der war nicht oberflächlich. Der hat seine Show gemacht, ganz klar, wie jeder andere, wie wir auch. Aber er war nett, er war menschlich. Er war nicht herabwirkend. Und ich habe gedacht, dass Dieter gerade derjenige ist, der uns fertig macht. Und Dieter sieht auch übrigens voll gut aus. Okay, mittlerweile ist er mir ein bisschen zu alt. Auch wenn ich was mit einem 63-Jährigen hatte, aber trotzdem. Und auch ein bisschen zu klein. Weil Dieter sieht voll, also in echt ist er richtig klein. Ich bin 1,87 Meter, glaube ich. Ja, ungefähr 1,90 Meter. Und Dieter ist 1,60 Meter. Also sehr, sehr klein. Zwei Köpfe kleiner als ich. Und ja, das war der Punkt. Der positive Aspekt. Ja, ja, Dieter war super nett. Bruce auch. Außer Guido und Lena. Die waren halt echt oberflächlich. Und das fand ich halt schade. Ich weiß nicht, wie die in ihrem Privatleben sind. Aber ich denke mal, dass die bestimmt auch super nette Menschen sind. Aber trotzdem war ich das halt ein bisschen so. Egal, ob man Show macht, aber man macht Leute halt nicht so fertig. Nur um jetzt irgendeinen Grund zu suchen. Okay, ich muss jetzt irgendwas sagen, dass ich die dessen kann oder so. Und das geht halt gar nicht. Und ja. Wenn ich jetzt Jury wäre beim Supertalent. Ich glaube, ich würde direkt gekündigt werden nach dem Tag. Weil ich einfach Mitleid hätte mit jedem. Weil trotzdem. Da gehen ja auch Leute hin, die denken, die können singen. Aber die können halt nicht singen. Und wie soll man das bitte rüberbringen? Ich könnte halt niemanden irgendwie so fertig machen. Wer jetzt aber schlefft, weil du nachdem das Supertalent ja schon YouTuber so in die Jury holt. Solltest du vielleicht den letzten Satz nochmal ändern? Und vielleicht doch auch in die Jury zu kommen. Achso, genau. Ja. Also falls ihr mich doch als Jury wollt. Ganz ehrlich. Ich bin ein super lieber Mensch. Und ich weiß, wer talented ist. Und wer nicht talented ist. Also. Nimm mich. Slay. Also das offizielle Bewerbungsvideo für die Jury vom Supertalent. Genau. 2018 oder 2017. Slay. Es ist ja so, dass wir lustigerweise sofort uns schon unterhalten haben. Auch zum Thema Jungdesigner. Dann ist ja was geplant mit der Secret Fashion Show. Willst du ein bisschen was dazu erzählen? Ja. Immer ungeschminkt, wenn sie zu einer Modelagentur kommen. Aber trotzdem. Sie haben gemeint, du hast keine Chance auf dem deutschen Markt. Du musst nach New York oder nach China gehen. Da kriegst du sofort Jobs. Darauf habe ich dann keinen Bock mehr gehabt. Weil. War mir zu aufwendig alles. Und habe dann halt YouTube weiter gemacht. Ja. Das war in meiner Anfangszeit, was mit YouTube war. Ja. Ich wollte auch mal Model werden. Nicht nur bei Leight-Tänzer oder YouTuber. Auch mal Model. Slay. Ja. Und wir werden uns natürlich im Vorfeld begleiten mit einer Fotostrecke. Und das könnt ihr natürlich dann auch im Monaco Direct Sprint Magazin sehen. Bisschen Product Placement. Und denkt dran, das bekommt ihr kostenlos nach Hause geschickt. Wenn ihr es einfach nur abonniert. Also unten in die Kommentare gucken. Also nicht in die Kommentare in die Infobox gucken. Und es kostenlos abonnieren. Da wird ja noch deutlich mehr von dir zu lesen und zu sehen bekommen. Sehr schön. Ich hoffe auch eine positive. Das werden wir sehen. Nein. Sehr schön. Ja. Habt ihr. Ihr habt Markus gehört. Schaut in der Infobox vorbei. Und Slay. Und lest euch meinen Bericht durch. Nicht nur meinen, sondern auch alle anderen Berichten. Jetzt bist du bei YouTube schon jemand, der irgendwo auch so ein bisschen die Jugend glaube ich mit beeinflusst. Oder auch vielleicht das Thema geht. Es gibt natürlich noch Kanäle, die es ein bisschen krasser machen. Du hast gerade vorhin einen erwähnt. Den Search Darling. Search Darling. Ist schon eine Hausnummer krasser. Ist ein Prozent krasser als ich. Also ich. Aber diese ein Prozent glaube ich macht auch viel aus, oder? Das macht echt viel aus, weil Search Darling, liebe Grüße mal an dich Schatz, gell. Search Darling ist ein super lieber Mensch, kann super gut unterhalten und ist einfach wirklich laut meiner Meinung einer der Top YouTuber, weil er weiß, hey, ich weiß, wie man unterhalte, deswegen habe ich ihn auch damals rausgeholt aus der Krise. Also er war noch ganz, ganz klein auf YouTube mit 100 Abonnenten und habe gesagt, hey, aus dir mache ich was. Dich pushe ich. Also ich habe ihn, wir haben dann ein Video zusammen gedreht, das hat 500.000 Klicks. Seins wurde zwei gesperrt auf seinem Kanal, weil er irgendwelche Musik benutzt hat. Keine Ahnung. Aber Search Darling ist wirklich echt schon eine Nummer krasser als ich. Das muss ich so sagen. Da bin ich auch mega stolz auf dich, weil Search Darling einfach, er kann es einfach. Ich persönlich bin zwar auch schon so in diesem Thema sexuell und sehr offen dies und das, aber Search Darling sagt es einfach eiskalt raus. Zum Beispiel, wenn man seine Videos schaut, so alles so schön und auf einmal sagt er so, ja, du scheiß Schlampe, du fick dich und er haut es einfach raus. Also so, das finde ich so geil. Das ist gerade das Unterhalte, ich kriege da mal Lachkrämpfe zum Umfall und ich feiere es halt übertrieben. Ist natürlich jetzt schon auch eine Richtung, wo sich YouTube, glaube ich, auch ein bisschen entwickelt, in verschiedensten Richtungen. Jetzt ist natürlich auch meine Frage so ein bisschen, ob das nicht auch die vielleicht doch krasse Art und Weise der Kommentare allgemein auf YouTube mit beeinflusst. Also ich habe so das Gefühl, dass, wenn jemand was kommentiert, komplett vergisst, dass es auf jemanden zurückfällt, dass man irgendwie komplett vergisst, dass man mal eine Erziehung genossen hat und auch teilweise echt die Wortwahl verletzend, beleidigend, rassistisch, sexistisch, alles mögliche ist. Sind vielleicht der ganze Trend bei YouTube allgemein alles noch krasser, noch heftiger? Ist das die richtige Richtung oder ist das bedenklich oder wie siehst du das? ApoRat auf jeden Fall. Das Ding ist halt, jeder benutzt Clickbait mittlerweile. Jeder, abgesehen von mir und Search und von vielen anderen auch noch, mit denen ich zusammenarbeite und Videos drehe, wir, also wenn ich und Search ein Video hochladen und es steht im Titel, ich wurde am Strand gepoppt, dann stimmt es zu 90 Prozent. Dann rede ich darüber im Video schon etwas länger und sage, hey, das war so und so und so und so und so und so und mach nicht nur einfach Clickbait und setz irgendein Titelbild rein und fertig, sondern das ist auch dann wirklich so. Wir sind am Strand und wie halt auch der Titel sagt. Oder mit dem Video, so will ich gepiept werden, das ist auch kein Clickbait, da zeige ich wirklich sogar, das ist das krasseste Video auf meinem Kanal, das hat fast eine Million Klicks, nochmal danke dafür, Slang. Und das war wirklich der Hardcore. Aber ist es eine Sache, wo man sagt, man muss immer was draufsetzen, man muss immer noch ein bisschen schockierender werden und YouTube macht das ja auch so gefühlt. Nicht schockierender, für mich persönlich ist dieses Video super langweilig, ich habe für dieses Video fünf Stunden gebraucht, um es zu bearbeiten, für ein reguläres Video wie zum Beispiel Dolly, Kommentiert, Kommentare oder Storytime, für die brauche ich drei, vier Tage zum Bearbeiten, für das habe ich ein paar Stunden gebraucht und das ging super schnell, super unbewusstliches Setting, wie wir das alles hatten damals, im Keller und bei meinen Eltern, Slang. Und für mich ist das Video langweilig, boring, das ist für mich nichts Besonderes. Ich hätte nicht gedacht, dass das so durch die Decke geht, das war eigentlich so ein Video, naja, du haust mal ein Video raus, weil du jetzt gerade kein anderes Thema hast, nimmst halt mal das. Und da habe ich noch eine, das muss doch auch sein, peinlich. Ich hatte nichts gehabt, Slang, und ja. Jetzt hast du ja auch natürlich, wie andere YouTuber, auch mit Product Placement zu tun. Bei dem einen Video ist es ja auch deutlich ersichtlich, bei den Stellungen zum Beispiel. Also ich denke mal, wie kommst du denn darauf? Kommen dann Firmen auf dich zu und sagen, hey, wir finden dich cool, wir würden was machen. Und lässt du dir dann was einfahren, wie zum Beispiel eben auch, wie bindest du so ein Produkt halt auch in dem Video ein? Das Ding ist, dieses, so will ich gepiept werden, das war eine Produktplatzierung. Das war aber zwei Tage davor, vorher gesagt, hey, kannst du das bitte mal mit einbauen? Und dann habe ich die Produkte zugeschickt bekommen und ich sage, ja, passt halt zum Video, nimm es halt mal mit rein. Nein, ich habe es nicht platziert, nochmal mega Entschuldigung dafür, aber ich habe nicht gewusst, was ich da platzieren soll. Beziehungsweise, das war meine erste Produktplatzierung aller Zeiten und gerade bei diesem krassen Video. Und muss ich da oben jetzt Produktplatzierung hinschreiben, habe ich nicht gewusst. Deswegen habe ich es auch nicht gemacht. Ich habe nur, man hat es ja auch gemerkt. Das war offensichtlich, keine Frage. Aber sozusagen, war das Video also schon vor dem Produkt entstanden oder wie gehst du allgemein an so eine Sache ran? Ich meine, viele, die uns jetzt zuschauen, kennen das ja gar nicht. Wenn ich jetzt eine Produktanfrage bekomme, eine Produktplatzierung, mittlerweile bekomme ich zu viele und ich mir so denke, ich soll für ein Motorrad werben, das hat keinen Sinn für mich. Die wollen also nur Reichweite von mir, das ist denen jetzt hier. Ja, also ich gucke mir das Produkt an und sage, okay, das passt. Dann gucke ich mir das Budget an, was die bezahlen und wenn das passt alles und ich hinter dem Produkt stehe, nachdem es bei mir angekommen ist, nachdem ich es getestet habe, sage ich, okay, ich platziere für euch. Dann mache ich das gerne. Und es gab schon ein paar Produktplatzierungen auf meinem Kanal, die meisten, also es sind ja auch alle markiert, keine Ahnung, wenn nicht, dann wisst ihr es jetzt, Slay? Ne, also ich sehe es, also es ist ja auch alles markiert, man merkt es ja auch, wenn ich sage, hey, unten in der Infobox, dann ist es markiert, also Slay. Und ich stehe hinter jeder Produktplatzierungen auf meinem Kanal, auch mit dem, mit Einhorn-Condents, mit Dildo-King, ich stand hinter jeder Produktplatzierungen, weil das einfach zu mir gepasst hat damals und jetzt auch immer noch, wenn jetzt Dildo-King wieder zu mir kommt, die wollen auch übrigens mit mir zusammenarbeiten, aber Slay. Dann, ja. Ja, wir kommen jetzt zum Ende vom Teil 1 des Interviews. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir oder uns einen Daumen hoch da. Abonniert uns hier. Oder unten in der Infobox seht ihr seinen Kanal, den könnt ihr natürlich angucken und abonnieren. Und hier seht ihr ein... Wehe nicht. Wehe nicht. Und hier seht ihr ein Video, was euch gefallen könnte. Und wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge von Monaco Deluxe.